Musik Das ist doch egal, habt doch, wie guckt ran Haha, so, hier nochmal, einfach, ei, ei, ei Vorsichtig, aaa, ha, ha Ich pack´s mal aus. Oh, da ist was raus. Da ist was rausgefallen. Bin ich gut im Auspacken? Ich habe was. Guck mal, Patrick. Patrick ist ein Bayer. Noch mal. Guck doch mal. Eike. Eierlikör. Mit Vanille. Und Tonka-Bohne. Wahnsinn. Das ist toll. Hier. Da können wir uns ja besaufen. Guck mal. Hier ist noch ein Hut. Da haben wir jeder einen Hut. Oh, wie schön. Oh, guck mal. Heidelbeer. Weiße Schokolade. Oh, guck mal hier. Was ist das? Oh, das ist auch was zum Naschen, oder? Das sieht jedenfalls so aus. Oh Mann, das ist ja toll. Ja. Aber ja. Aber ja. Da ist noch was drin. Okay, okay. Aber ja. Ah, hier sind Smarties drin. Guck mal. Oh, da ist was runtergefallen. Oh ja, Naschereien. Genau, Praline. Hier, guck mal. Ah, lecker, lecker, lecker. Guck mal. Okay. Oh, die Smarties sind leider schon hier. Und? Sowjeten? Bayerische Sowjeten. Die ist auch noch mal Smarties. Sieh's mal vor. He, he, he. Weiter mal. Ja. Guck mal hier. Und die Smarties. Und? Grüße aus Franken. Das ist Oberbayern. Aus Franken? Genau. Sehr geehrter Santiago und Team. Ha, 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 ha. Brillefebsten. Ich sage, das soll ich mal sehen. Ich habe meine erste Sprachmemo von dir erhalten. Ja, diese hat mir sehr viel Freude bereitet. Und dass das Geld an Kinderschutzengel e.V gespendet wird, genau, macht viele weitere Personen, vor allem Kinder, wirklich glücklich. Dankeschön. Ja, wir machen das sehr, sehr gerne. Ja. Wie die Pfadfinder. Jeden Tag eine gute Tat. Ja. So, jetzt möchte ich dir und deinem Team, unter anderem natürlich auch Patrick. Ha, ha, ha. Danke. Ja, auch eine kleine Freude bereiten mit diesem Päckchen. Ich hoffe, dass die Sachen gut schmecken und wünsche euch viel Spaß damit. Grüße aus Franken von Frank. Also, lieber Frank, ein ganz herzliches Dankeschön. Das sind ganz viele tolle Sachen. Komm, eine Sache können wir noch auspacken. Eine können wir noch auspacken. Ja, ha, ha. Auch von mir. Vielen, vielen Dank. Super. Aber ja, aber ja. Voll Choral. Ja, ja. Guck mal, wir machen das einfach jetzt mal so, damit das schneller geht. Okay. Okay, ich bin zu pingelig. Das sind so viele tolle Sachen. Oh, guck mal. Hier, hier. Ui. Bamberger Kaffee. Bamberger Kaffee. Bamberger Kaffee. Ja. In Bamberg habe ich schon Theater gespielt. Ich, wie? Freilicht in der Einwofhaltung. Ja. Der Bamberger Reiter. Wow. Hey, hey, hey. Liebe Grüße auch nach Bamberg. Bamberg. Haha. Ja. Alles, alles Liebe und Tschüss. Ciao. Alles Gute. Ciao.